Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr als Kinder richtig geile Filme gesehen habt, so Dark Angel, I come in peace und dann seid ihr hier bei so einer Location und geht spazieren und dann steht er vor euch. Ich habe auf dich gewartet. Seit wie vielen Jahren? 1990, da war nämlich Dark Angel. Da warst du wie alt? Gott, oh Gott, noch zu jung. Ich bin jetzt 45 Jahre alt. Du bist alt, aber guckt euch mal die Muskeln an. Wahnsinn, eigentlich müsst ihr dir Dirk mal einen Film drehen. Aber dann nur mit dir, Matthias. Ja, klar. Und warum ich die hier habe, ihr habt mich gepusht. Und warum haben wir Muskeln gekriegt? Weil uns jemand anders gepusht hat, oder? So ist es. So geht es immer weiter, die Kette wird immer weiter gehen. Ich danke dir für diese schöne Zeit. Nix zu danken, freut mich, dass du hier bist und ich sehe dich im Kontakt. Mit dir gemeinsam. Genau.